Hallo Leon, ich bin's Eicher Ben Benetton und heute möchte ich euch meinen Special Guest vorstellen und der kommt auch schon. Hi Leute, Leon, das ist die Astrid, Brownie genannt, auch Brownie genannt. Ich verstehe eigentlich nicht warum, liegt es wahrscheinlich an der Haar-Frau. Okay, was machen wir heute? Wir zeigen euch 10 Dinge, die man als Partyfotograf auf keinen Fall tun sollt. Und in dem Sinn, am besten wir fangen gleich einmal an. Los geht's! Ben, kann ich ein Foto machen? Was, du willst ein Foto machen? Ja. Du willst ein Foto machen? Ben, kann ich ein Foto machen? Ja klar, aber stell dich noch ein bisschen weiter zurück, dann mach ich eins. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wie weit du noch? Ben, mach mir ein Selfie. Siehst du denn grad, dass ich grad selber von mir Selfies mach? Ben, ich bin da oben, nicht da unten. Was eh? Ben, machen wir ein Foto. Ähm, was stell dich noch hin? Ah, ein Foto. Ja bitte. Ben, machen wir ein Foto gemeinsam? Ähm, ja stell dich dabei schon mal hin, kannst du dabei rausziehen. Foto! Ben, machen wir ein Foto? Ähm, ja klar, sicher. Gern. Warte mal, mach eins. Ich glaube, du hältst die Kamera verkehrt oder rum. Ist du der Fotograf oder ich? Ah, ja. Wirklich? Ups. Ben, machen wir ein Foto. Foto? Wieso? Bin ich echt Fotograf? Waaah, eine Kamera! Da hat viel Spaß, ich mag nicht mehr. Jo Leon, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Ähm, und weil ich einmal gesagt habe in den vorigen Videos, dass das Spring Fever am 24. Mai ist, da hat der Ben Unrecht gehabt. Da war der Ben ganz böse. Es ist nämlich erst am 25. Mai. Ich meine, die Kinder gehen am 24. Mai vorbei schon, aber da werdet ihr ungefähr das vorfinden. Ja, und wie gesagt, ein großes Dankeschön an die Astrid. Auf Brownie genannt. Kann man die leicht essen? Ja, und auf jeden Fall, wir müssen wieder weiter tun. Wir müssen jetzt wieder in unsere Häuser zurück und schlafen gehen. Ja, auch YouTuber müssen schlafen. Ja, und nicht vergessen, it's time to be socially. Bye. Bye. hm ... Music ing